In der zweiten Reihe, noch einmal Geister. Und das nächste Tor! Jankowasch mit dem 5 zu 2! Hallo, ich bin Jan. Und ich habe den neuen Kontrakt mit FVZ gewonnen. Für mich waren ZUGA nur die Option. Und ich bin so glücklich und stolz, dass ich bis zur Saison 24-25 sein kann. Dann Kovarsch ist der Torschützer. Nächste grosse Chance für die Gäste aus der Zentralschweizen. Sie bleiben dran, Schlumpf wieder vorne anzutreffen. Und Kovarsch schliesst ab. Der EV-Zug geht in Führung. Ich liebe die Stadt. Ich liebe die FVZ-Familie. Und ich freue mich auf die nächsten vier Saison. Aufzug!